Pentagon-Leaks, USA bezweifeln, Ukraine-Erfolg. Wir sehen, dass die USA die Ukraine auf der Verliererseite sehen und keine große Hoffnung in die Frühjahrsoffensive der Ukrainer haben. Natürlich krass, wenn man überlegt, wie viel Geld da reingebuttert wird, um die Ukraine zu unterstützen. Auf einem Discord-Server eines Minecraft-Spielers auf den Philippinen auf. Später dann... What the fuck? Was steht nun in diesen Leaks? Informationen zu Waffenlieferungen an die Ukraine, Angaben zum Munitionsverbrauch. Es gibt auch Landkarten, auf denen der Frontverlauf minitiös eingezeichnet ist. Und Standorte... Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, euch geht's gut. Und zwar gehen wir jetzt ins nächste Video rein. Und zwar ist das nächste Video mal wieder von Marc Friedrich. Da haben wir uns einmal ein Video reingezogen zu den Leaks, was Pfizer angeht. Und jetzt hat er ein weiteres Video hochgeladen. Pentagon-Leaks, USA bezweifeln, Ukraine-Erfolg. Ich bin sehr gespannt, was hier erzählt wird. Wir lassen uns nicht lumpen. Gehen sofort rein. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt ein Kommentarchen. Wäre ich euch auf jeden Fall dankbar und verbunden. Und jetzt gehen wir rein in den Laden. Frage an dich. Wie schafft man es eigentlich... Hau mal raus. Hau mal raus, Junge. ...richtige Nachricht zu berichten, ohne über deren Inhalt der Nachricht zu schreiben oder zu berichten. Äh, bitte was? Ja, auch ich musste mich erst mal am Kopf kratzen und grübeln. Das ist ja schon öfter passiert, ne? Twitter-Files, diese ganze Biden-Geschichte und so. Also hier in Deutschland schaffen die es schon immer öfter, Dinge, die in Amerika geleakt wurden oder rausgekommen sind, so zu berichten, dass sie nicht so rüberkommen, als ob Amerika gerade schlecht dasteht oder irgendwas passiert ist, was nicht gut ist. So, schon crazy. Deutsche Medien sind echt hart. Was hier eigentlich gerade vor sich geht, das ist schon eine wahre Kunst, die aber den deutschen Medien mal wieder mit Bravour gelungen ist. Ich spreche über die sogenannten Pentagon-Leaks 2.0. Weißt du, worum es hierbei geht? Wahrscheinlich hast du den Begriff nämlich in den vergangenen Wochen... Wann war das? 12.04.23? Habt nix mitbekommen. Pentagon-Leaks oder irgendwie sowas. Ein Blick in den Spionage-Maschinenraum. Die im Internet aufgetauchten Papiere der USA-Geheimdienste bringen Washington in Erklärungsnot. Krass. Die zeigen aber auch, wie schlagkräftig US-Spione sind und dass auch verbündete Nationen weiterhin bespitzelt werden. Die haben uns alle an den Eiern, die Jungs. So. Schon das eine oder andere Mal gehört, weil er durch die Medien rumgeistert. Ja, und um was geht es da? Weißt du nicht? Kein Wunder. Denn zahlreichen deutschen Leitmedien, allen voran natürlich den öffentlich-rechtlichen, ist es tatsächlich gelungen. Es war ein Meisterstück, über die Pentagon-Leaks zu berichten, ohne zu sagen, um was es eigentlich geht. Was in ihnen drin steht. Und deswegen... Wer hat die Geschichten geleakt eigentlich? Heute die Aufklärung, die Auflösung. Was steht in diesen brisanten Leaks? Also, bleibt dran. Viel Spaß bei einer neuen, extrem wichtigen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von... Ich küsse dein Herz, Bro. Wie heißt er? Get Milf, oder was? Dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast, dass meine Facecam unscharf war. Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Bevor wir... Marki Mark. Indie Materie. Mark, dein Namensvetter. Eintauchen. Suche ich neue Leute, suche ich Verstärkung für das Team. Und suchst du eine neue, kreative, herab... Fake News. Bewerbt euch, meine lieben Freunde. Dann würde ich mich freuen, wenn du... Merci. Um sich finanziell gut aufzustellen, ist es für mich schon seit jeher in der Honorarberatung wichtig, ganzheitlich die Welt zu sehen. Das Puzzle aus Geopolitik, Wirtschaft, Geldpolitik, Gesellschaft zusammenzufügen, um dann die bestmögliche Strategie zu bauen für... Puzzle it in, Bro, come on. ...kunden und zwar maßgeschnallt. Aus dem Grund ist es wichtig, auch solche geopolitischen Entwicklungen zu beobachten, wie die Pentagon-Leaks. Und wenn du auch das Gefühl hast, dass immer mehr Enthüllungen herauskommen, dann... Ja, wundere dich nicht. Das sind genau die Zyklen, das Fourth Turning, die vierte Wende, von der ich immer spreche, dieser Paradigmenwechsel. Die Wahrheit bricht sich ihren Weg. Und wir haben... Immer. ...zuletzt natürlich die wichtigen Leaks, unter anderem natürlich von Twitter. Neue Weltordnung wird kommen, definitiv. Habe ich letztens mir auch ein Video reingezogen, bei Kianusch war das, glaube ich. Der hat sich so ein englisches Video reingezogen, wo jemand wirklich die ganze Vergangenheit, vergangene Geschichte studiert hat und dann Prognosen für die Zukunft getroffen hat. Und dass wir halt wirklich kurz vor einem Machtwechsel sind und dass eine neue Weltordnung kommen wird und dass diese wahrscheinlich von China dominiert wird. Na, ich bin gespannt. Falls auch dazu dich ein sehr spannendes Video gemacht mit Michael Schellenberger, aber auch über die Leaks an sich. Das findest du hier immer noch sehr, sehr sehenswert. Und gerne können wir jetzt pausieren, damit du die dir jetzt anschaust. Dann kommst du aber gleich wieder zurück. Und diese Leaks sind wichtig. Und die kommen immer wieder heraus in einer immer schnelleren Taktzahl. Da schütteln oft natürlich die Öffentlichkeit, weil wir erfahren dann, was wirklich hinter den Kulissen vor sich geht, was hier gespielt wird. Und ihr kennt die berühmten Whistleblower wie Julian Assange. Auch mit seinem Bruder habe ich vor kurzem einen sehr... Bester Mann. Auch ein sehr krasses Video. Er hat mit seinem Bruder, mit Julian Assanges Bruder, einen Pork gemacht, den wir uns gerne hier im Stream auch nochmal reinziehen können. Steht schon auf meiner Liste drauf. Ist ein bisschen länger und ist auf Englisch, aber mit deutschem Untertitel. Aber sehr, sehr interessant. Julian, bester Mann, Liebe. Auf sein erregendes Interview geführt, das findest du hier. Oder natürlich der weltbekannte Whistleblower Edward Snowden. Und jetzt... Auch guter Mann, Liebe. ...informationen haben es tatsächlich in sich. Denn wir erfahren, wie der Stand tatsächlich im Ukraine-Krieg ist. Wir sehen, dass die USA die Ukraine auf der Verliererseite sehen und keine große Hoffnung in die Frühjahrsoffensive der Ukrainer haben. Konträr sind auch die Berichte und Aussagen über die Verluste der ukrainischen... Natürlich krass, wenn man überlegt, wie viel Geld da reingebuttert wird, um die Ukraine zu unterstützen. Und dann sehen die westlichen Mächte die eigentlich echt als Verlierer, oder was? Das ist jetzt neue Information für mich an der Stelle, aber es ist krass. Ist traurig, Bro. Ist traurig. ...Armee, die höher sind, als uns offiziell berichtet wird. Auch gehen sensible Dateninformationen aus den Unterlagen hervor, wann zum Beispiel welche Waffen von wem und wann an die Ukraine geliefert werden. All das steht in diesen Leaks. Aber es geht noch weiter. Die USA... Auf Discord wurde das Ding geleakt, oder was? Die Leaks kommen von einem Twen, der zockt und angeblich bei der IT im Militär angestellt ist. Alles auf Discord. Lach. Crazy. ...bespitzeln anscheinend ihre Freunde, Partner und Verbündeten nach wie vor. Und das, obwohl wir damals mit dem Skandal um das Handy von Angela Merkel und Obama dachten, es wäre vorbei, Pustekuchen und sogar Selensky wird von den USA misstrauisch beobachtet und... Das ist doch klar, Digga. Weißt du, wie ich meine? Wenn du einen der gut, also bestlaufenden Geheimdienste der ganzen Welt hast und überall wirklich deine Menschen, deine Leute eingeschleust hast, so... Die wollen natürlich mit allen Entscheidungen und mit allen Dingen, die passieren, irgendwie auf der sicheren Seite sein und müssen natürlich vertrauen halt niemandem und müssen dann halt natürlich auch verbündete Leute abhören, damit sie da auf der sicheren Seite sind, dass die halt auch wirklich das tun, was die entschieden haben, so... Ja, es ist, es ist heftig. Also die Position, die die Staaten haben, die ist halt echt krass, so. Die haben da eine Machtposition gerade, die einfach extrem ist und... Ich meine, wer hat daran geglaubt, dass die jetzt nach diesem... wo rausgekommen ist, dass die zum Beispiel Merkels Telefon abhören, so, ne? Wer hat wirklich damit gerechnet, dass sie damit aufhören, nachdem das rausgekommen ist, so? Will ich machen die weiter, Bro. Oder? Fakt ist, wenn man solche Freunde hat, braucht man keine Feinde mehr. Die USA hat definitiv keine Freunde, sondern nur Interessen. Spannend ist auch, dass die US-Fühler weit bis nach Russland reichen, aber auch nach China, Iran oder Nordkorea. Und wie schon erwähnt, sie bespitzeln wohl auch zehn Jahre nach den Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden weiterhin auch ihre verbündeten Partner. Also, der Reihe nach von... Crazy, Dicke. ...drei Wochen tauchten streng geheime, sensible Dokumente des US-Militärs auf einem Discord-Zir... Da ist ein Vogel, Alter. Bro, Birdie-Vibes. Hi, viel, hi, viel. Liebe, Dicke. ...eines... Auf Discord, Dicke. Von einem Minecraft-Spieler, oder was? ...sensible Dokumente des US-Militärs auf einem Discord-Server eines Minecraft-Spielers auf den Philippinen auf. Später dann... What the fuck? ...telegram-Kanal und 4chan-Gruppen, sowie auf Twitter. Es geht in den Unterlagen vor allem um den Krieg in der Ukraine. Und die Enthüllungen schlugen natürlich ein wie eine Bombe. Wie reagierten nun die Beteiligten, also wie reagierte die USA, die Ukraine, aber auch Russland? Beginnen wir mit der Ukraine. Die Ukraine reagierte prompt und sagte, es handele sich natürlich um von Russland gefälschte, manipulierte Dokumente. Es ist ein gewöhnliches Geheimdienst-Spiel, so der Berater des Präsidentenbüros, Michailo Podolyak. Die russischen Geheimdienste hätten die Dokumente selbst erstellt, mit dem Ziel, unter den Verbündeten... Alles sind die Russen immer, ne? Die Russen sind schuld. Bro. Selbst bei der Nord Stream-Geschichte muss man immer wieder erwähnen. Wollten die uns doch verkaufen, dass es irgendwelche russischen Terroristen waren oder so ein Scheiß. Weißt du, wie ich meine? Wo das gar keinen Sinn macht, weißt du? Und sich der amerikanische Präsident ein paar Wochen vorher hingestellt hat und gesagt hat, ja, wir werden schon dafür sorgen, dass Nord Stream 2 nicht, dass das Ding nicht anläuft, so. Weißt du? Und dann wird das Ding gesprengt und dann sagen die Leute tatsächlich, ey, das waren irgendwelche russischen... Ja, komm, kannst nicht alles auf die schieben. ...der Ukraine Zweifel und Zwietracht zu sehen und von den nächsten Etappen im Krieg natürlich abzulenken. Russland hingegen sieht durch die Berichte in den USA einmal mehr die deutliche Verwicklung Washingtons im Konflikt in der Ukraine bestätigt. Kreml-Sprecher Dimitri Peskov sagt jetzt CNN... Also für mich ist das nicht weit hergeholt. Wenn du doch rausbekommen hast, dass die Amerikaner und die Geheimdienste auch die Deutschen abhören und andere Verbindete abhören, ne? Und jetzt wird irgendwas geleakt, wo auch Zelensky abgehört wird. Wie gehst du dann davon aus, dass das nicht stimmt und dass es gefälscht ist, so? Also von der Perspektive aus, wir wissen natürlich nichts, ne? Wissen tun wir nichts, aber wir können unseren eigenen Menschenverstand anschalten und Vermutungen... Wir können Vermutungen rausgeben und meine Vermutung ist, dass sowas auf jeden Fall sein könnte. Dass die Beteiligung der USA... Und ist nicht so weit hergeholt, weißt du? ...an dem Konflikt weiter zunehme und die Situation verschärfe und immer weiter eskaliere. Und während die Ukraine von einem Fake ausgeht, hat dummerweise der eigene Partner in den USA sofort empfindlich reagiert und hat sich sehr besorgt über den Datenleak geäußert. Und parallel haben mehrere US-Geheimdienstexperten die Echtheit der Dokumente bestätigt. Das wären Dokumente, die Top-Entscheider sozusagen im letzten Schritt hochprofessionell aufgearbeitet bekommen würden. Und de facto besiegelt wurde dann die Echtheit der Dokumente mit der Verhaftung eines 21-jährigen US-Armeeangehörigen... Ja, ist das doch klar dann, oder nicht? Freunde! ...in den USA. Der US-Sender CNN berichtete, dass ein Regierungsmitarbeiter die Unterlagen als echt bestätigt hatte. Ja, während man dann noch nach der undichten Stelle suchte und sie auch gefunden hatte, versuchte man auch gleich Schadensbegrenzungen natürlich auch bei den Partnern zu machen. Denn der CIA-Chef William Burns nannte natürlich das Datenleak als zutiefst unglücklich. Es gelte erst, die richtigen Lehren aus dem Vorfall zu ziehen. Das ist doch krass. Die Amis wollen einfach nur alles dafür tun, damit die den Typen, der die Sachen geleakt hat, irgendwo in den Knast... Genauso wie bei Julian, so, ne? Der sitzt seit Jahren, seit... Der war jahrelang auf einer Botschaft, sitzt der fest und solche Geschichten, ne? Und jetzt ist der... Wo ist der jetzt? Ist im Knast, ne? Und das ist... Also die Sachen, die da rausgekommen sind, die Kriegsverbrechen und diese ganzen Themen und so, die juckt keinen Schwanz, weißt du, wie ich meine? Die nehmen die Leute, die die Sachen geleakt haben, nehmen die fest, sperren die ein, zerstören deren Leben, so. Aber selber sich mal gerade zu machen für die Dinge, die da rausgekommen sind, das kann man nicht erwarten, so, weißt du. Und das ist eine sehr traurige Sache, finde ich persönlich. Natürlich damals nach dem Leak mit Julian Assange oder auch Edward Snowden. Beeindruckend und wirklich krass ist, dass die US-Geheimdienste anscheinend beachtliche Zugänge in Russland haben, offenbar so weit, dass die USA, sogar die Ukrainer rechtzeitig vor russischen Luftangriffen warnen konnten. Einige amerikanische Medien... Das ist so krass, ne? Heftig. ...machten sich sofort auf die Suche nach dem vermeintlichen Maulwurf. So zumindest nannte ihn die Bild. Bellingcat unterstützte die Geheimdienste auf der Suche nach dem Täter. Die Deutschen... Kann einfach auf Discord rausgehauen, auf Entspannt, meine Lieben, Freunde. Heftig. Taz feiert den Rechercherfolg von Bellingcat mit den Worten von Guardian bis Washington Post, berichten alle großen Medien über die Recherche. Tolle identifizierte schließlich den Taylor. Und sein Artikel dazu erschien in der New York Times. In der Nacht zu Freitag verkündete das US-Justizministerium die Festnahme eines 21-jährigen Angehörigen des US-Militärs als Urheber des Leaks. 21-jährige Angehörige. Wow, tolle Rechercheleistung. Da haben Journalisten... Recherchiered out, man. ...einen 21-jährigen Soldaten festgenagelt. Der kommt jetzt ein paar Jahrzehnte in Haft. Pulitzer-Preis bitte! Kill the Messenger! Äh, Moment mal. Es ist doch noch gar nicht so lange her. Da haben wir doch diejenigen gefahren, die Informationen leaken. Sima Hirsch zum Beispiel machte in den 60er Jahren Kriegsverbrechen des US-Militärs in Vietnam öffentlich. Später stürzte Präsident Nixon, weil die Reporter Karl Bernstein und Bob Woodward geheime Tonbandaufnahmen veröffentlichten. Bradley, heute Chelsea, Manning, veröffentlichte auf Wikileaks geheime Aufnahmen von US-Soldaten, wie sie im Irak Jagd auf Zivilisten machten. Das ist ein, das ist, das ist sehr herzzerbrechendes Footage, meine Lieben, Freunde. ...bei höhne Schlachten. Und von Snowden und Assange brauche ich hier gar nicht erst anzufangen und zu sprechen. Diese Menschen müssen gefeiert und beschützt werden. So. ...helfen anscheinend Medien lieber der Regierung und Geheimdiensten mit bei der Jagd nach denjenigen, die brisante Information... Die sind in der Tasche. ...und veröffentlichten, anstatt sie zu feiern und zu schützen. Auch hier beim Press-Preview... Neutralität bei den Medien und bei den Berichterstattungen kannst du sowieso nicht mehr erwarten. Das hast du spätestens bei Corona auch gesehen. Das ist einfach sehr, 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 sehr krass, wie die Medien alle mittlerweile gleichgeschaltet sind. Und du kaum noch Alternativen hast, wo mal jemand versucht, wirklich was zu berichten, journalistisch seinen Job zu machen, zu recherchieren... ...und sich auch mal auf die Seite zu stellen, die nicht pro Regierung ist. Da haut sich keiner mehr heutzutage. Also die Angst, die verbreitet wurde, ist so groß, dass die Leute sich das gar nicht mehr trauen. Und ich glaube auch Leute in den Redaktionen und so ganz schnell aussortiert werden, die nicht systemkonform berichten. Das Pentagon stellt kein Journalist die Frage nach dem Inhalt der Dokumente. Was sicher ist, ist, dass ein Dokument von den Russen wohl manipuliert wurde. Im Original links ist die Rede von bis zu 43.500 getöteten Russen. In der Fälschung rechts von nur noch maximal 17.500. Dafür wurden im manipulierten Dokument die Zahl der ukrainischen Verluste als viermal so hoch dargestellt wie im Original. Bis zu 71.500 Todesopfer. Die Fälscher ersetzten einfach die russischen durch die niedrigen ukrainischen Opferzahlen und überhöhten danach die ukrainischen Opferzahlen, indem sie die Zehner und Einer einfach vertauschten. Und was steht nun in diesen Leaks? Ja, Informationen zu Waffenlieferungen an die Ukraine, Angaben zum Munitionsverbrauch. Es gibt auch Landkarten, auf denen der Frontverlauf minutiös eingezeichnet ist und Standorte Crazy, zieh dir das mal rein, Digga. Russischer und ukrainischer. Das ist so eine Zeit, wie eine Fernsehzeitung, Bro. Mit Ländern und Waffen und so. So unmenschlich, Bro. ... und deren Mannschaftsstärken. Einige der als geheim oder sogar streng geheim gekennzeichneten Schriftstücke stammten vom Februar und März, wie das Nachrichtenportal Politico berichtete. Und besonders brisant sind natürlich die Veröffentlichungen, dass anscheinend jetzt schon 97 Spezialkräfte der NATO längst in der Ukraine im Kriegsgebiet aktiv sind. Etwas, was de facto schon lange ja publik gemacht wurde, beziehungsweise was schon lange irgendwie vermutet wird, aber offiziell immer bestritten wurde. Deutsche sind allerdings noch nicht dabei. Momentan sind es 50%. Gut so. 17 Letten, 15 Franzosen, 14 Amerikaner und 1 Niederländer. Und diese Staaten haben offiziell... Ein Holländer, Bruder. ...vortworn jeden Mann. ...eine militärische Präsenz in der Ukraine zugegeben. Das Vertrauen in die ukrainische Armee ist nicht besonders hoch der Amerikaner. Die Frühjahrsoffensive der Ukraine sei aus Sicht der USA zum Scheitern verurteilt. Man rechne, wenn überhaupt, nur mit bescheidenen territorialen Gewinnen. Die Amerikaner sehen eine immer schwächer werdende ukrainische Luftabwehr. Bereits am 2. Mai könnten die Raketen für das Luftabwehrsystem S-300 der Ukraine ausgehen. Völlig ausgeschossen, leergeschossen könnte Kiew gemäß den Dokumenten schon am 23. Mai sein, falls kein neuer weiterer Nachschub kommt. Bei Wraithen wurden 500.000 Schuss bestellt. Auch das geht aus den Unterlagen hervor. Überraschenderweise soll auch Serbien, historisch ein verbündeter Moskaus eigentlich, sich bereit erklärt haben, Waffen an Kiew zu liefern. Es ist allerdings nicht klar, ob es tatsächlich dazu gekommen ist. Belgrad dementiert natürlich. Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate sollen hingegen Waffenlieferungen an Russland und Moskau natürlich geprüft haben. Parallel sehen wir natürlich große Lacks im russischen Sicherheitsapparat. In den Lageberichten wird deutlich, wie tief die US-Geheimdienste im russischen Sicherheitsapparat ja infiltriert sind. Es finden sich neben Details zu blicken... Crazy. ...des russischen Militärs auch Verweise auf Machtkämpfe innerhalb des Kremls. So soll etwa der Auslandsgeheimdienst FSB dem Militär vorgeworfen haben, die wahren Todeszahlen in der Ukraine... So krass, wenn die wirklich so einen Einblick haben bei ihrem Feind quasi, so weißt du, wie ich meine, so. Und da wirklich in die Systeme, in die Biefereien zwischeneinander und auch in die Strategien und so einen Einblick haben. Das ist heftig. ...verschleiern. Wahrscheinlich, um Putin bei Laune zu halten. Und wir sehen aber trotzdem eine geschwächte russische Armee. Denn Russland hat nach Einschätzung des amerikanischen Militärgeheimdienstes, DIA, bis Anfang März 190 bis 223.000 Opfer, Tode und Verletze erlitten. Das deckt sich mit den öffentlichen Angaben der USA. Bisher nicht publik war die Einschätzung, dass Russland innert eines Kriegsjahres zwei Drittel seiner Kampfpanzer anscheinend verloren habe, nämlich 2048 von 3028. Nur 364 von 447 eingesetzten russischen Bataillonen seien noch überhaupt kampftauglich. Hingegen sei aber die Luftwaffe noch zu 92 Prozent intakt. Diese Enthüllung erlauben natürlich in Russland Rückschüsse auf eigene Lecks zu ziehen, diese aber auch dann zu schließen und Informanten zu bestrafen. Es ist tatsächlich verwirrend. Jemand liegt also Dokumente aber fälscht sie vorher? Natürlich kann man sich auch die Frage stellen, ob eine solche Veröffentlichung nicht auch beabsichtigt war oder einem anderen Ziel folgt. Ist schon ein bisschen dubios auf jeden Fall. Du darüber, ich bin mal auf dein Feedback. Viele Vermutungen, aber man weiß nie ganz genau. Natürlich gespannt. Ihr wisst ja, im Krieg stirbt die Wahrheit immer zuerst. Aber selbst wenn solche Nachrichten wirklich mit Absicht lanciert wurden, muss man sich doch zumindest einmal selbstkritisch fragen, wie kann es eigentlich sein, dass das Narrativ, das uns hier jeden Tag vorgesetzt und vorgebildet wird, wir, Entschuldigung, die Ukraine, stünden kurz vor dem Siegfrieden und Russland hat bald eine ganze Generation verheizt. So weit von den Aussagen der Dokumente dann abweicht. Und wenn Dokumente die Wahrheit spiegeln, muss man sich die Frage erst recht stellen. Oder ist das ja alles zu kompliziert? Vor allem ist es aber auch unbequem, sich diese Fragen zu stellen. Denn es passt nicht ins Narrativ. In dem Fall ist es natürlich einfach, den Überbringer schlechter Nachrichten einfach umzubringen. Kill the messenger. Im übertragenen Sinne natürlich. Noch. Und ihr wisst ja, es war immer so. Es wird immer wilder mit diesen ganzen Informationen werden, auch in Zukunft so. Dass du nicht mehr mit diesen ganzen Leaks und Deepfakes und was auch immer so, dass du, wenn du in die Medien reinguckst, egal auf welche Plattformen, ob das jetzt öffentlich-rechtliche sind, ob das irgendwelche Privaten sind, ob das irgendwelche Alternativen sind, dass du nicht mehr wirklich weißt, wie du was einordnen sollst. So. Und das wird in der Zukunft immer, 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 immer mehr werden. So. Dass Videos rauskommen, dass irgendwer mal zu irgendwas beschuldigt wird, dass irgendwelche Leaks sind und hier und da und bla bla bla. Und es wird immer schwieriger, diese Sachen zu verifizieren, meine lieben Freunde. Und es wird noch mehr werden, ne? Es wird definitiv noch mehr werden. Und deswegen ist es am besten, einfach sich von solchen Geschichten nicht zu krass leiten zu lassen und seinen eigenen, seinen eigenen Gefühlen zu folgen, seinem eigenen Verstand zu folgen. Das kann ich nur immer wieder sagen so. Bewusst zu sein und versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen und nicht zu viel in solche Dinge rein zu interpretieren. Schaffter schlechter Nachrichten wird gekillt. Informationen sind eine wichtige Waffe im Krieg, safe. Informationen sind definitiv eine sehr, sehr wichtige Waffe im Krieg, aber auch nicht im Krieg. Informationen sind auch eine wichtige, ein wichtiger, das ist ein wichtiger Kontrollmechanismus, den Regierungen etc. auch nutzen, um ihre Bevölkerung zu kontrollieren oder in eine gewisse Richtung zu manipulieren. Informationen, Medien sind extrem wichtig geworden heutzutage. Dieses Mal ist es halt ein Bauernopfer, ein 21-jähriger US-Militärangehöriger, der anscheinend auf einem Discord-Kanal Informationen, sensible Informationen veröffentlicht hat und der anhand der Küchenfliesen auf seinem Tisch überführt wurde von Bellingcat. Nee, ist klar, Bro. Schwierig, Bro. Ach, egal, ihr könntet rapsen. Wer es glaubt, wird selig. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Fakt ist auf jeden Fall, dass jetzt wieder sensible Daten herausgekommen sind, dass die USA wirklich, ja, Freunde, Verbündete bespitzeln, Zelensky nicht trauen, was ich verstehe, aber auch den Russen nicht trauen und dass das um den Krieg, so wie es uns immer wieder aufgetischt wird, doch nicht so rosig steht, dass irgendwie der bald vorbei ist. Dass die da rum spekulieren und uns Sachen erzählen, die nicht so sind, das wissen wir ja schon mittlerweile hoffentlich so. Dass man dem Narrativ nicht mehr wirklich vertrauen kann, was gerade von den Mainstream-Medien gespellet wird und von den Regierungen etc. Das war uns schon vorher bewusst. Dass die Amis spitzeln, war mir auch bewusst, also mir persönlich jetzt auf jeden Fall. Ja, und inwieweit man diesen Informationen, die hier geleakt wurden, trauen kann und der Story weiß man natürlich jetzt auch nicht, aber auf jeden Fall interessante Geschichte. Und irgendwie aus dem letzten Loch pfeift und dass wir kurz vor dem, ja, ich will schon fast sagen, Sieg stehen. Aber nein, also die Opferzahlen stimmen nicht, viele stimmen nicht. Es ist einfach leider Fake News, was hier verbreitet wird. Und jetzt natürlich die Frage, einige CIA-Experten sagen, natürlich werden solche Nachrichten absichtlich platziert, um die Russen fehl zu informieren. Fakt ist aber auch, die Reaktion von FBI, aber auch von CIA, vom Pentagon lassen darauf zurückschließen, dass die Informationen natürlich echt sind. Also ich bin auf dein Feedback gespannt. Nichts geschieht ohne Grund, das ist sicher. Aber wieder ein wichtiger Leak, der aufzeigt, wohin die Reise geht. Crazy Shit, meine lieben Freunde. Crazy Shit. Ich bin gespannt, wie das Thema noch weitergeht in Zukunft auf jeden Fall. Ähm, ja, klasse Sache auf jeden Fall. Äh, ja, ey, waren Informationen, die man sich mal reingezogen hat, dass man so ein bisschen auf dem neuesten Stand ist. Aber viel gelernt haben wir jetzt hier nicht, wirklich. Aber spannend, war schon spannend. War schon spannend. Ich will es nicht kleinreden. Guter Mann auch. Ich höre ihm gerne zu, dem Marc.